Mein Name ist Jana Meier und ich habe den Bachelor in Betriebsökonomie mit der Vertiefung Banking an der FH Graubünden gemacht. Nach meinem Studium an der FH Graubünden durfte ich bei der Graubündner Kantonalbank Fuss fassen, wo ich als Trainee die Kultur und die Philosophie der Bank kennengelernt habe. Ich habe dann ein eigenes Portfolio übernommen, wo ich aktiv Kunden beraten habe und bin jetzt seit Kurzem als Teamleiterin im Bereich private Kunden auf der Lenzerheide tätig. In meinem beruflichen Alltag merke ich, dass das vernetzte Denken und die Praxis nach Ausbildung und die FH Graubünden geboten hat mir extrem hilft. Auch das Accounting bietet ein gutes Fundament für meine Karriere bei der Bank. Für mich war eigentlich von Anfang an klar, dass ich meinen Lebensmittelpunkt, aber auch meine berufliche Laufbahn in der Ostschweiz haben möchte. Darum war ich froh, dass ich mein Studium hier in der Region absolvieren konnte.